Russland hat seit Beginn der Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 610.000 Truppen verloren. Die aktualisierte Zahl wurde vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Laut der Ankündigung verloren die russischen Truppen allein am 26. August mindestens 1.300 Soldaten, von denen sich einige in der Region Kursk befanden, während Moskau versuchte, die Kontrolle über seine Provinz zurückzugewinnen. Die Ukraine behauptet auch, dass Russland über 8500 Panzer, mehr als 16.600 gepanzerte Kampffahrzeuge, fast 23.000 Fahrzeuge und 18.000 Artilleriesysteme sowie fast 600 Militärflugzeuge und Hubschrauber verloren hat. Moskau selbst veröffentlicht keine Zahlen zu den Kriegsverlusten. Aber in der Vergangenheit haben Erklärungen des Verteidigungsministeriums und des Außenministeriums die von der Ukraine veröffentlichten Zahlen zurückgewiesen. In der Zwischenzeit hat Russland den Druck an der Ostfront der Ukraine erhöht und versucht, in den Regionen Luhansk und Donetsk Boden zurückzugewinnen. Für Experten und Kriegsanalysten sind die Offensiven Russlands in diesem Gebiet Versuche, ukrainische Truppen von Kursk abzuziehen.